So, ich bin Pascal, spiele im linken Mittelfeld und ich mache jeden Elfer rein. Hi, mein Name ist Michele, ich spiele auf der 10er Position und es kann nur schief gehen. Ich bin Eray, Mittelfeldspieler, Inshallah geht da rein. Hallo, ich bin Ibrahim Barr, spiele rechte Verteidigung. Mein Name ist Holger Celik, ich bin M-Verteidiger, man nennt mich aber auch Jason Statham. Ich bin M-Verteidigung, ich bin M-Verteidiger, ich bin M-Verteidiger. Hier ist ich M-Verteidigung. ARD Text im Auftrag von Funk